Okay, repel the ghost, the Smudge Stick, while it's chasing someone. Da habe ich ja gesagt, möchte ich was probieren. Gut, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis meine Sanity gedroppt ist, aber ich werde mich hinten in der Garage in dem Schrank verstecken, zuhalten. Und dann werde ich den Smudge Stick zünden, wenn es halt eben vor diesem Schränkchen steht. Und gucken, ob das dann funktioniert. Ich nehme hier noch den Schlüssel auf. So, und... Ich muss den... Muss es oben... Muss es... Darf wirklich die Maus jetzt nicht bewegen? Äh, und jetzt warten wir halt eben im Dunkeln, dass er kommt. Und ich möchte nur wissen, ob das funktioniert. Ich habe... Where are you? I don't like you. Okay. Komm, hol mich, komm, hol mich, komm, hol mich, komm, hol mich. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Geist, bist du hier? Hallo, bist du hier? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo? Hey, hey, komm her! Komm her! Komm her! Geist komm her! Geist komm her! Geist komm her! Geist komm her! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Kannst du mich hören? Komm schon! Hol mich! Hol mich! Hol mich! Hol mich, 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 hol mich. hat funktioniert hat funktioniert also das zu machen auf einer kleinen map kann man sich wirklich relativ sicher im im schrank verstecken und hat funktioniert sehr cool